Das Fasten Jesus sagte, es genügt nicht, bei Wasser und Brot zu fasten. Der Fasttag sei auch das Fasten des Zornes, des Murrens. Bei Sticheleiern das Fasten der Zunge. Lebt diesen Tag in der Reinheit des Leibes. Ohne dieses vollkommene Fasten betet ihr vergeblich mit ausgebreiteten Armen. Ich höre euch nicht an. Eure Lippen sind nach der Heiligen Kommunion noch vom Heiligen Blut berührt. Und schon schmäht ihr mich. Deshalb haben Gebetswache und ausgebreitete Arme bei mir keine Wirkung. Satan regte mich einmal an. Verfluche mich. Bist du nicht genug verflucht? fragte ich ihn. Verfluche mich nur. Ich möchte, dass du hasst, damit ich Jesus in dir verletzen kann. Der kleinste Dorn Jesus sprach. Ich habe dich für dein ganzes Leben mit dem Schmerz die kleinsten Dornes meiner Dornenkrone beschenkt. Es macht nichts aus, wenn sich der Leib den Schmerzen widersetzt. Wichtig ist, dass du diesen Dorn gerne trägst, mich dafür lobst und preist, so wie du es einst in der Ewigkeit tun wirst. Solange du den Schmerz des Dornes verspürst, wirst du keine Leiden empfinden. Wenn du diesen Schmerz freiwillig aus meinen Händen annimmst, beweist du deine wahre Liebe zu mir. Umarme also in Freude diese von Dorn verursachten Qualen. Die zwei größten Feinde Jesus belehrte mich auch darüber, dass wir auf die Eigenliebe und auf Satan am meisten Acht geben müssen. Gewöhnlich verleiten uns beide zur Sünde. Wir dürfen mit ihnen nicht in Streit geraten. Wir müssen Jesus sehr lieben und wenn man uns anklagt, sofort zu ihm flüchten. Demütig sage Schau, mein Herr, so bin ich. Wenn du dich in Streit einlässt, entsteht sofort etwas, das dich von der Liebe Jesu trennt. Die Vereinigung mit Jesus darf man nicht aufgeben. Die Unlust Unlust, schlechte Laune, Niedergeschlagenheit sind Satans wirksamste Mittel, um Seelen zum Verzweifeln zu bringen und der helfenden Gnade zu berauben. Bei solcher Gelegenheit sagt Jesus, ich liebe dich. Dann flieht Satan. Ich dachte an meine Schwächen und wie ich mich diesbezüglich bessern könnte. Jesus sprach Wenn du keine Schwächen hättest, würde ich dafür sorgen, dass du welche bekämmest. Sei darauf bedacht, mich zu lieben. Wenn du mich liebst, achte nicht auf deine Sünden. Die Liebe blendet mich. Dann sehe ich nichts anderes, als dass die Seele mich liebt und ich sie. Du bist immer unrein. Und wenn ich darauf warten würde, bis du rein bist, könnte ich dich niemals lieben. Heuchelei In der Gegenwart Jesu und seiner heiligsten Mutter hat Heuchelei keinen Platz. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen